halli hallo hallo ich meine lieben freunde und herzlich willkommen zurück zur hitman beta zu einem kleinen angezockt dieses tollen spiel ist wir sind ja gestern gestorben und jetzt versuchen wir mal einen anderen weg können jetzt gerade hier langlaufen wir wollen böse waffen wir gucken uns jetzt die pläne an dann müssen wir wieder in so sollte kein problem sein und das haben wir schnell gemacht jetzt probieren wir mal ein bisschen aufzupassen bei dem scheiß schleudersitz halt stopp wir sollen ja das mitnehmen und diese beiden genau diese beiden dürfen wir uns nicht sehen wie lange sind die abgelenkt muss das nur ganz schnell machen so halt das schöne ist wir können jetzt als mechaniker hier glaube ich rumrennen wo wir wollen oder das letzte ist wir sollen ihn eliminieren 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 den ein ja auch dürfen wir als bescheiniger okay der repairman oh ja der repairman das ist ein aufpassen Ja, sind wir denn da schon wieder? So, der soviets Ambassador, er war einer von Janis' Leuten. Mhm. Man in Frieden, der Sprache von Grund. Das könnte sinnvoll sein. Er ging in die gute Russen. Er legt es bis in die inneren Zirke von Washington. Und dann, wegen der Grund, er fliegt. Okay. Achso. Achso. Wir gehen an. Mein Problem ist, dass ich diesem scheiß Englisch gar nicht klarkam. Und ich jetzt eigentlich überhaupt gar nicht weiß, was ich jetzt überhaupt mache. Okay, da kann man rausspringen. Kommandante darf er da rein. Demnage give." armies Geta!!! Die Arme segregated. Er greifen es nicht mehr an. Herzlichzlich portafeln mit Kleiner. � Kommen wir an arbeiten. Je mehr er darf sein, desto mister sie home dann kommt. Der Mechaniker, went over the safety protocol with night we'll get to work the sooner he takes off the sooner you all go home ach so mhm alles klar ich hab dir jetzt angesprochen bloß ja was soll denn seine klamotten jetzt hören soll nicht so das ding sein wo ich dir jetzt auch locker leicht hätte da hinten töten können denn jasper lalala 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 lass mich raten oder auch nicht ok 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 na toll wir haben keinen wir haben keinen dietrich ich muss ganz dick sagen scheiße wir brauchen einen dietrich wo kriegen wir jetzt den dietrich her oh 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 michael na i think it calms him down jasper night oh wir sehen ein kleines bisschen anders aus rein wie noch das habe ich bald hier mich aber wieder mal preis gegeben aber das scheint darum rum zu laufen das heißt wir könnten normalerweise mal probieren dem aber weiterhin zu folgen und den woanders wegzuschnappen wo kommt man denn hierhin wo kriegen wir denn doch mal rein darf man aber hier gibt es trotzdem kein dietrich ich denke mal mit dem obwohl die die dass da jetzt bestimmt daraus ist aus dem raum ja hallo Ich gucke, ich gehe jetzt hier rein. Bah, so. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Der Herr Chasbon. Okay, dann komm. Da fragt man jetzt. Ja, gut. Gut. Okay. Hello, I repeat, this is Blind Taylor, come in center. Ach, Quatsch jetzt. Nein, 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 tu ich es nicht. Ach, wir waren so weit. Wir waren so weit. Ach, wir waren so weit. Liebe Freunde. Ach, wie konnte man mich denn jetzt entdecken? Was ist denn nur los? Warte mal, wir sind jetzt hier. Boah. Wie ärgerlich. Wie ärgerlich, wie ärgerlich, wie ärgerlich. Okay, wir sind jetzt hier und wir haben das Rap gemacht hier, denke ich mal. Nein, wir müssen das noch sabotieren. Oh. Und jetzt natürlich, bis der vorläuft. Da müssen wir mal kurz ein Stück warten. Na komm, genau. Ordnung, Initiator. Sauber. 一点 accident waiting to happen. So. Nein, 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 nein. Mein Gott geht mit dem Ofengeist. Ja, und was mache ich? Warum? Nur, weil ich hier rumlaufe? Das gibt es doch gar nicht. Boah, jetzt verkacke ich hier total. Meine Fresse. Boah, es ging doch so gut los. Was ist denn los mit mir? Ach ja. Okay, dann gehen wir nochmal den Sitz auseinander nehmen. Ah. Was, jetzt quatschen die auch noch? Ja, da warten wir mal eine Runde. Ja, ich gehe ja schon weg. Ich frage mich echt, warum der mich gerade... So, nochmal. Machen wir jetzt ein bisschen vorsichtiger und wir gehen jetzt wieder hier rein. Bin ich denn... Ja, ich bin vorhin als Mechaniker überall reingekommen und dann auf einmal jetzt geht es nicht mehr. Ja, was ist denn hier los? Ja, wir sind hier hoch. Ja, bin ich. Das ist er doch. Ach, da sind wir gelaufen. So, genau. Hey, go ask Jimmy about the broken air con, alright? So. So. Entdeckt mich denn jetzt hier schon wieder? Ja. So, okay. Ähm, wir sollen jetzt hier auf der Map diesen Typ da... So, jetzt macht er ja wieder so'n Kack-Gedöns. Da müssen wir wohl warten, bis er wieder zurückkommt. Was? Ich frage mich gerade, warum wir das nicht mehr einstecken haben. So, ach guck mal, was soll denn das was bringen? Ach, die sehen das auch noch, ja, Entschuldigung, ja, ja, komm mit, komm mit, wir hinten rein. Komm mal her, was denn? Das Gute ist, ich kenne dich jetzt einfach mal. Ich würde sagen, komm, komm mit. Zack, komm, scheiß drauf. Ja. Nehm bitte mit, danke. Ja, so kann man es auch lösen. Du mit rein. Wo ist der letzte noch? Den kann man jetzt leider nicht mehr mit hier reinstecken. Aber wir können wenigstens hier reinlegen. Ach so, und up to the exit. Na gut, dann haben wir jetzt den Sitz, denke ich mal, umsonst manipuliert. Was mich aber jetzt nicht weiter stören soll. Der Typ ist tot. Gut. Und das reicht mir schon. Vielleicht gehen wir doch lieber mal da hin, dass er mich jetzt hier entdecken. Und dann meh, 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 meh. Das ist ja, wie es ist. Ja. Ja, liebe Freunde. Aber das soll es jetzt erst mal gewesen sein für das Angezockt der Hitman-Beta. Ja, ja. Ich würde sagen, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann würde ich das Spiel euch raten zu kaufen. Äh, ich muss sagen, es ist wieder mal cool. Aber, wie gesagt, was mich eben abschreckt an dem Spiel, ist eben, dass das alles in Episoden gemacht wird. Ach komm, wir gucken uns das jetzt immer schon. Und so ist es. Er spielt seine Hand, und er hat sich verloren. Er kann uns jetzt nicht verletzt. Er kann uns 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 nicht verletzt. Ich muss euch sagen. Die Träuhe ging nach Rumänien. Unsere Team hat keine Angezockt gefunden. Keine Namen. Keine Namen. Ich glaube, sie haben mich 47. Das ist nicht ein Name. Also mach es einen. Okay. Agent 47. Und wir sind sowieso durch. Durch die Beta. Und ja, auf jeden Fall wieder sehr cool. Aber, wie gesagt, was mich abschreckt, das habe ich ja schon gesagt, ist, dass es in Episoden rauskommt und kein vollständiges Spiel ist. Aber auf jeden Fall wieder sehr, sehr cool. Wieder viele verschiedene Wege. Und ja, ich stelle mich natürlich an. Wie immer. Und auf jeden Fall sehr cool. Ja, würde ich sagen. Ich bin noch sehr am Knurbeln, ob ich mir das Spiel holen soll. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Spaß macht's. Und ja, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns irgendwann mal beim nächsten angezockt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ja. Ciao. Ciao! Achall. Achall. Vor? Achall. Achall. Achall.